Wir sind ständig von Geistern umgeben. Die meisten können uns nichts tun. Die meisten wollen uns nicht mal was tun. Aber es gibt Ausnahmen. Ich verwalte den Besitz Ihres Onkels Cyrus. Wir haben einen Onkel Cyrus? Er hat diese Nachricht vor sechs Wochen aufgezeichnet und verfügt, dass man sie Ihnen im Falle seines Todes zeigt. Mein Anwalt hat den Auftrag, euch mein Vermächtnis zu übermitteln. Ein Schlüssel? Ein Schlüssel wozu? Den Schlüssel zu eurem neuen Haus. Dieses Haus ist eine einzigartige Wohnstätte. Ich schlage vor, wir erledigen die letzten Formalitäten. Danach wird es mir eine Freude sein, Ihnen und der Familie das Haus zu zeigen. Die Hütte ist der Wahnsinn! Jetzt weiß ich, dass ich träume. Ihr Onkel war ein leidenschaftlicher Sammler. Verschiedenste Dinge. Verdammt, was war das? Für diese sechs Hilfe, Gott, eure Zeit. Es ist alles verriegelt. Ist nur eins schlimmer, als mit einem Geist in einem Haus gefangen zu sein. Dieses Haus ist kein Haus. Wir sind im Inneren einer Maschine, die von den Toten angetrieben wird. Mit 13 Geistern in einem Haus gefangen zu sein. Wir haben Gesellschaft! Wo? Ich sehe nichts! Wie nah ist er? Na, genug, um ihm weh zu tun. Weg, 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 weg! Weg! Können Sie mir versprechen, dass ich das überlebe? Ich garantiere für nichts. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020